Hallo, ich begrüße uns zur heutigen AK1-Sitzung, heute in sehr kleiner Besetzung. Wir haben gerade besprochen, ob wir diese Sitzung des AK1 in der Form auflösen, weil die Arbeit einfach sehr effektiv in den Unterarbeitskreisen läuft und die Zusammenführung hier in der Arbeitskreissitzung in der Form scheinbar auch nicht mehr nötig ist. Ja, wir müssten uns dann überlegen, wie die Kernarbeitskreise, die in der Fraktion schon mal angedacht werden, befeuert werden und würden dann einfach den Arbeitskreis hier so auflösen in dieser Form. Ich werde das nochmal per E-Mail dann bekannt geben. Ja, es sei denn, jemand erklärt mir, in welcher Form der Zugewinn in dieser nochmaligen Arbeitskreissitzung ist. Aber das sehe ich halt gerade nicht. Also ich glaube, dass wir einfach wirklich effektiver in diesen Unterarbeitskreisen ausschussbezogen arbeiten. Da gibt es ja auch schon verschiedene, die sie zusammengefasst haben. Also in meinem Bereich kann ich das sagen, dass die Enquete-Kommission Familienpolitik und der Ausschuss Familie, Kinder, Jugend seine Besprechungen zusammen durchführen wird. Ja, deswegen denke ich, dass das eine ganz sinnvolle Sache ist. Ja, das war es für heute eigentlich schon. Allgemeines Nicken der heute Anwesenden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dann beende ich die Arbeitskreissitzung. Dann beende ich die Arbeitskreissitzung.